Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Edda, die kennt ihr ja bestimmt, hatte gestern Geburtstag. Wir feiern ihn heute und deswegen habe ich heute eine richtig, richtig coole Geschenkeidee für euch. Was ihr bestimmt schon im Titel gelesen habt, ich habe Viktoria Sarina geklaut, weil ich habe nämlich die Idee von Viktoria Sarina gesehen, deswegen habe ich, jetzt habe ich, soll ich jetzt so gut sagen, aber natürlich habe ich sie nicht geklaut, keine Ahnung. Also, als allererstes müsst ihr die Bersi Schokolade aufmachen, natürlich habe ich die schon. Und dann müsst ihr dieses Herz, das ihr hier habt, erstmal grob ausschneiden, sodass es hier so auf diese Oberdinge hier passt. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war meine DIY Geschenkidee, natürlich von die tolle Sarina abgeguckt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen, da abonnen, vergesst nicht, bis zum nächsten Mal. Tschüss.